Ja, hallo ihr Lieben, neulich wurde ich gefragt, wie man sich selber helfen kann oder was man für Möglichkeiten hat, wenn man merkt, ich habe Trauma, vielleicht auch frühkindliches Trauma, mein Leben funktioniert nicht so wirklich, ich bin sehr eingeschränkt in meinem Leben und ich würde es gerne heilen, aber ich habe kein Geld für Traumatherapie, zumindest nicht für körperorientierte, ganzheitliche Traumatherapie. Was kann man dann machen, wie soll man mit dieser misslichen Lage umgehen? Ja, und leider ist es im Moment auch so, dass von der Krankenkasse mehr die gesprächsbasierten oder dann auf der anderen Seite die medikamentenbasierten Therapieansätze bezahlt werden, also wenn du auf herkömmliche, vielleicht ein wenig einseitige Lösungsansätze zurückgreifen möchtest, das wird von der Krankenkasse bezahlt, aber wenn wir sagen, oh, ich habe das Gefühl, das steckt in meinem Körper drin und ich brauche jetzt eine Therapie oder Sitzungen mit jemandem, der sich mich als ganzen Mensch anschaut und meinen Körper mit einbezieht, das bekommen wir meistens nicht bezahlt. Und ja, dann stehen wir einfach manchmal vor der Herausforderung, wie gehe ich damit um? Langfristig denke ich schon, dass auch diese Dinge mehr ins Bewusstsein kommen werden, so wie es vielleicht auch irgendwann mal überhaupt keine Fördermittel oder auch gar kein Verständnis gab für solche Sachen wie Homöopathie oder Akupunktur. Das war alles Hokuspokus, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und heute sind das vielleicht schon Sachen, die ganz selbstverständlich für uns geworden sind und wo es auch viel mehr Unterstützung gibt. Noch nicht so, wie wir es vielleicht gerne hätten, aber schon etwas mehr. Ich kann mir da auch vorstellen, dass es langfristig auch für die Krankenkassen Sinn macht. Ja, soll nicht jemand sein Nervensystem regulieren und damit vielleicht durch zwei bis drei Jahre Therapie sparen wir uns dann später 500 andere Krankheiten, die der alle bekommen hätte und die die Krankenkasse ja auch dann hätte bezahlen müssen. Also auf lange Sicht denke ich, dass da vielleicht auch eine Veränderung stattfinden kann. Aber was machen wir jetzt im Moment, wo es noch nicht so weit ist? Also Traumaheilung braucht mehrere Zutaten. Traumaheilung braucht erstmal eine Menge Wissen. Wir müssen wissen, wie unser Körper funktioniert. Wir müssen wissen, dass unser Körper im Überlebensmodus hängen bleiben kann. Wir müssen wissen, wie wir den Körper unterstützen können, damit er aus dem Überlebensmodus wieder rauskommt. Und vieles verändert sich schon allein dadurch, dass wir uns das notwendige Wissen aneignen. Also zum Beispiel kostenlose Videos auf YouTube anschauen, ein paar Bücher über das Thema lesen oder vielleicht einen Online-Kurs mitmachen. Das kann alles schon den Heilprozess in Gang setzen oder unterstützen, weil du einfach innerlich dann weißt, in diese Richtung gehe ich. Und das und das sind die Sachen, die bei mir schiefhängen. Und manches, da kann man sich einfach auch schon dann innerlich einfach besser orientieren. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch praktische Schritte braucht, um das Trauma zu heilen. Ich mache zum Beispiel gerne körperorientierte Übungen und unterstütze meinen Körper ganz gezielt durch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel mich umschauen und orientieren oder den Boden unter mir spüren. Das ist so eine ganz einfache Sache, die einem aus dem Traumanebel der Vergangenheit in die Gegenwart bringen kann. Oder zum Beispiel, wenn man viel inneren Stress hat und viel angestaute Bewegungsimpulse, dass man jeden Tag anfängt, weiche Bewegungen zu machen, wo man erlaubt, dass von innen heraus Bewegungen durch den Körper fließen, an der Körper diese tiefen, alten Sachen entladen kann. Das ist zum Beispiel auch etwas. Ja, und da ist es einfach wichtig, dass wir täglich irgendetwas mit dem Körper zu tun haben und uns unterstützen. Und das sind manchmal auch Sachen, die kannst du für dich alleine machen. Da kannst du Übungen finden, Ressourcen finden, die dir helfen, dich wohler zu fühlen, dich geborgener zu fühlen, deine Energie fließen zu lassen. Und da braucht man nicht immer jemanden, der bei einem ist. Und ich würde sagen, dann gibt es tatsächlich einen Bereich, wo man vielleicht dann auch im Laufe der Zeit erst wirklich hinkommt, wenn jemand frühkindliches Trauma hat. Und dann auch noch vielleicht später als Erwachsener ein paar einschneidende, schlimme Sachen erlebt hat. Und derjenige merkt, bei mir ist irgendwie, da ist ein Knoten, ein Klops, da komme ich alleine nicht weiter. Dann, wenn man all die anderen Sachen schon sich angeeignet hat, du hast schon ein Wissen angeeignet, du machst schon tägliche Übungen, dann gibt es tatsächlich dann irgendwann Bedarf, vielleicht beim einen oder anderen, für konkrete Unterstützung. Das ist aber nicht immer der erste Schritt, den wir gehen müssen. Und es ist auch nicht bei jedem Menschen der Fall. Es gibt nämlich durchaus Leute, die genug inneres Fundament haben. Und wenn man ihnen, wenn sie sich das Wissen aneignen und wenn sie die Werkzeuge lernen, dann können die sich selber wunderbar weiterhelfen und brauchen vielleicht auch niemand anderen. So, und meine Erfahrung ist immer, wenn ich tatsächlich Hilfe brauche, dann darf ich mich auch darauf verlassen, dass es dann auch möglich wird, dass ich das annehmen darf, dann auch. Und manchmal denken wir, oh, ich komme da überhaupt nicht weiter. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so möglich, dass wir uns selbst helfen. Und ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit. Ich habe ja zum Beispiel die Oase, meine Online-Community, überhaupt erst gegründet vor einigen Jahren, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne einen Raum schaffen, wo ich all meine Coaching-Inhalte, meine Kurse und körperorientierte Coaching-Werkzeuge und Meditationen und Anleitungen und Heilungserfahrungen, all diese Dinge an einem Ort anbieten kann, zu einem relativ kleinen Preis. Wir haben inzwischen ein Monats-Abo und wir haben sogar ein Sozial-Abo für Leute, die es finanziell ganz schwierig haben. Für 15 Euro im Monat ist das Sozial-Abo. Und das ist wirklich für viele Oasenbewohner sehr schön, dass sie dann auch mit wenig Geld einfach dabei sein können und tatsächlich in der Oase auch konkrete Werkzeuge und Hilfe und auch die notwendige Theorie finden, um sich selbst zu helfen. Und ich habe das von einigen Oasenbewohnern gehört, dass sie gesagt haben, Mensch, also ich habe mir da schon so toll selbst weitergeholfen und vielleicht sogar jetzt bin ich überhaupt erst in der Lage zu wissen, was für ein Traumatherapeut oder Körpertherapeut oder Helfer ich jetzt hinzuziehen möchte. Weil man muss ja auch ein bisschen erst sich ja einen Überblick verschaffen, um überhaupt zu wissen, mit wem möchte ich denn da arbeiten, auf welche Art und Weise möchte ich denn da arbeiten. Genau. Was ich auch noch erwähnen möchte, es gibt so viele Ressourcen auch, die kein Geld kosten, zum Beispiel über die Natur, wenn wir uns in der Natur mit Dingen verbinden, die uns beruhigen, die uns stabilisieren, die uns Halt geben. Das ist eine wundervolle Sache, die jeder machen kann. Und sich mit Gott zu verbinden, zu beten und die Liebe auch einzuladen, in all unsere Wunden, in diese traumatischen Wunden hinein zu strömen und um Heilung innerlich zu bitten, kostet auch kein Geld und ist oftmals für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die wir tun können, dass wir diese größere Liebe hereinlassen in unsere kleinen menschlichen Wunden und Probleme. Weil dadurch sagen wir Gott sozusagen, hey, ich bin bereit für Heilung und du darfst mir helfen, du darfst mir auch die Ressourcen bringen, die Menschen, das Geld, die Möglichkeit und da wenden wir uns sozusagen an diese liebevolle Instanz. Genau. Und ich bin ein großer Freund von Einzelsitzungen und gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Ich finde das total schön. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir selbst in die eigene Verantwortung gehen, dass wir unseren Körper lernen zu verstehen, dass wir lernen, uns selbst zu unterstützen, weil das brauchen wir dann schließlich auch im Alltag. Keine Einzelsitzung begleitet dich wahrscheinlich 24 Stunden am Tag rund um die Uhr für immer und ewig, sondern wir sollen ja auch Werkzeuge und Umgangsweisen lernen, mit denen wir uns im Alltag dauerhaft unterstützen können. Also wenn im Moment finanziell dir die Mittel fehlen für körperorientierte, ganzheitliche Traumatherapie, dann lass den Kopf nicht hängen, sondern öffne dich, sei kreativ und schau mal, was du jetzt alles schon ohne Geld machen kannst. Und dann wirst du vielleicht merken, dass sobald du dich froh und munter auf den Weg machst, dass dann auch Türen, weitere Türen sich öffnen können. Genau. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.